Guten Morgen Leute, ich hoffe euch geht es gut. Hier ist euer Dinschmann. Wollt euch mal mitnehmen, wie es so ist, wenn man am Morgen die Sachen bereit machen muss, um danach in die Ferien zu fliegen. Unser Flug geht um 5 Uhr. Ja, 5 Uhr geht der Flug. Wir sind noch hier. Es ist jetzt knapp 20 Uhr ab 10 Uhr. Ich bin hier im Auto, wie ihr seht. Auf wen warte ich wohl? Auf die bessere Hälfte, ist ja klar, oder? Ja, und dann wohin die Reise geht? Tja, das werdet ihr sehen. Es ist nach der ganzen Scheiße mal endlich wieder Ferien. Hat lange gebraucht. Ich sehe aus wie ich irgendwie 5 Tage nichts gemacht hätte. Aber ich warte extra mit dem Schönmachen, bis wir an der Destination ankommen. Und nachdem geht es ein bisschen Shave. Bisschen den Barbar besuchen. Und ja, ich nehme mal mit. Mal sehen, was ihr alles so seht. Teil Essen, Teil alles gut. Oh, sieh mal an, wer da kommt. Ha, endlich mal. Seht ihr das? Das ist meine Frau. Voll glücklich und alles zufrieden. Ja, also, ich muss ihr, glaube, helfen. Bis dann. Hi Leute, guten Morgen, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich wollte euch mal mitnehmen, wie es aussieht, wenn man, ja, morgen sich berat machen muss und dann Richtung Ferien geht. Bin hier im Auto, wie ihr seht. Auf wen warte ich wohl? Meine bessere Hilfe. Ja, Leute. Und wohin wird die Reise gehen? Ja, das werdet ihr schon sehen. Nehmt euch mit. Zeig euch mal alles, wie es so läuft. Bisschen Action hier. Bisschen Essen dort. Bisschen Spaß haben. Und ja, mal sehen, was so alles kommt. Also, bleibt dran und genießt die Show. Leute, neue Update. Meine Frau, wie immer, hatte Hunger. Das ist noch die Vorspeise. Das ist schon richtig frisch. Das ist so richtig dick. Ja, ist schon. Ja, dran zogen. Aber nichts ist gekommen. Ich bin mir das halt nicht gewohnt mit dem Team. Ja, wir warten hier bei, keine Werbung, aber bei Mekidies. Meine Frau, es ist halb elf. Irgendwo anders wird man Kloppers essen. Und hier schlopft man sich voll mit Burger. Was sollst du tun, deine Verteidigung zu sagen? Ja, das passiert. Also, Update nach dem Wischgewischchen. Bis dann, Leute. So Leute, hier im Flughafen. Seid mal hallo. Es ist Kameraschuld. Wie ihr seht, so sieht das Flughafen aus. Leer. Normalerweise war es voll. Ein bisschen V-Goodies gekauft. Ich hoffe, es wird nicht langweilig im Flugzeug. Hey, wir haben genug Kinder im Flughafen. Und auch im Flugzeug. Also, die Gästeien werden losgehen, sobald es abhebt. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Stay tuned. Tschüss. Was macht ihr, Tina? Hey, das ist ein Swimmingpool. Das ist ein Swimmingpool. Ich glaube nicht, dass ihr etwas gesehen werdet. Aber das ist ein Swimmingpool. Das ist ein Swimmingpool. Riesig. Also, wenn ich da rumlaufen würde, würde ich einen Tag rufen. Das ist ein Swimmingpool. Das ist ein Swimmingpool. Das Swimmingpool? Ah, okay. Das Boulevard ist hier. Ja. Okay. Das wäre einfach. Das Damat für eine Glamour, aber es könnte bei uns sein. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Jetzt ist das eins Taste ін Christopher. Ja? Wir sind ernst. guten morgen meine leute herzlich willkommen hier aus ägypten gerade gestern gestern gerade eingecheckt und besser gesagt gestern abend konnte nicht viel zeigen aber hier da ist unser hotel wie ihr seht eine riesen riesen anlage sieht aus wie eine pyramide wir sind in hughada aber da sind wir ein bisschen näher bei den pyramiden in gisel wir gehen jetzt langsam ein paar einkauf erledigen morgen morgen gehen wir auf eine auf eine insel eine orange bay und da müssen wir noch ein paar sachen einkaufen und mal schauen was da gibt weil wir sind jetzt auf dem resort gibt nicht vieles gibt nicht vieles zu sehen aber ja viele aktivitäten viel zu beleben mal schauen was geht ja alles ist gut ich bin von türkien ja ich bin von türkien ja ich bin von türkien ja nice to meet you nice to meet you brother ja ja so far anyway i'm work for taxi oh no 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 today not today we're chilling on the on the side here no problem for anyway we are in the hotel yeah that's a safety for you more than anywhere on them or outside okay if you like to go anywhere we are from the right side of the hotel okay see you thank you so jetzt wurden schon schon gescampt weil da arbeitet nicht für das hotel also leute passt auf was hier gibt weil jedes mal wenn sie die leute sehen mit der kamera in der hand heisst das für sie geld hier geld warte mal hier so sieht das aus und draußen ist eine riesen anlage eine riesen anlage jetzt laufen wir oh horses no camels only horses ja das sind meine arabische kenntnisse auffrischen hier die die reiten ja schaut doch das mal an ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt aber das vorne sind die cowboys von ägypten ich bin ich bin schweiz 05cie aber ich bin land imd ägypten ich bin ich bin nicht shal无 Wo sind Sie? Sri Lanka Ja, Sri Lanka, ich weiß Sie wissen, eine große safari-difing-boot? Nein Wir haben hier viele große-difing-boot Ja Das ist für Difing Ja Ich gehe in Sri Lanka und arbeite da Ah Ich habe meine Big Shab? Ja, 50 Meter oder so Oh, okay Von hier in Sri Lanka? Nein, nein Bleib da Ich habe mein Vater Ich habe mein Vater in Sri Lanka Ich arbeite bei einem Boot von Egypt Wo sind Sie? Ah, hier Da Für Shopping? Ja, nein Ich habe nur schauen Ich weiß 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 Ja, das ist schön. Wie viel ist von hier in Hurghada? Euro-Dollar Pound, egyptischen Pound 120 Euro Nein, nein, nein Nein, nein, für 30... Ja, 30, 30 ist okay 3,0 Für Bus? Nein, für Taxi, um mich dort in Hurghada Hurghada oder hier? Elguna Elguna? Ja 45 Kilometer 45 Kilometer, wie viel? Oh, mein Gott, es ist sehr schwer Wie viel? Wann wollen Sie gehen? Elguna? Ja Heute? Nein, 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 heute nicht heute Ich gehe dir für 350 Euro 350 Euro 350 Euro? Nein Nein, nein, nein 45 Kilometer Das ist nicht Hurghada, das ist 45 Kilometer Ja, ich weiß, ich weiß Ich weiß, 350 Euro ist zu viel 45 Kilometer? Ja, ich weiß Das ist der gleiche Preis wie mein Land In deinem Land, 45 Kilometer und du fahren für 350 Euro? Nein, weniger als 350 Euro Und für Hurghada Für Hurghada 200 Euro 200? Wie weit ist das? Von hier zu da 20 Kilometer 10 Minuten? Ja, 20 Kilometer Aber du findest was du willst Alles was du willst in Hurghada Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Aber komm, gib mir deine Karte Ich kenne dich dann Sicher nicht, aber das ist jetzt mal Einfach mal verlangen, dass du mal Ruhe gehst Und dann sehen wir dann weiter Ich kann dich, mein Bruder Ich kann dich, mein Bruder jetzt nach Anton fixiert die Preis für 20 Kilometer für 20 Kilometer für 20 Kilometer Oh, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein Nein, wirklich nicht jetzt Nein, wirklich nicht jetzt Aber ich hab dich Ich hab dich dann Vielen Dank, Bruder Vielen Dank Vielen Dank Have einen schönen Tag, Bruder Ja, Mann ich muss alle alle Ja, nein Ja, nein Ja, nein Wir sind jetzt in den Shop drin Und brauche ich da etwas für unsere Rekordreise die wir machen Das werdet ihr noch sehen Es gibt noch sehr viel anderes Zeug Also jetzt hier mal schauen wir Oh, Boss Alles gut Kannst du das nehmen? Ich schaue ihn Danke Kannst du das bitte? Ja Ist nicht gut Es ist ja alles nur gut Ja, es ist jetzt schon viel Es sind schon viel Sachen da Ja Michael Forbes Was wollen wir? Ja, sie hat etwas gewohnt Ja